Bist du runtergefallen? Nein! Hey du... Ich hab nicht gesehen, dass da ein Loch war. Jo, was geht ihr? Herzlich willkommen zu einem neuen Folge Letzt bei Minecraft. Denn, äh, Endergames sag ich schon. Alter, Bad Wars meine natürlich... Alter, die ist Maudadu-Syndrom, oder? Richtig Maudadu-Syndrom, Alter. Oh, Leute, ich seh euch gar nicht. Ich seh euch auch nicht das Antrags mit. Okay, ja, ich seh dich jetzt. Okay. Ja. Okay, mit dabei den Jakob und noch ein random Spasten. Ne, ne, das ist der Beikiller. Ich glaub, der ist der Beikiller heißt er. Vielleicht ist er ganz gut, vielleicht ist er auch richtig scheiße, so wie Jakob. Die Steps sagen, er ist nicht schlecht. Die Steps sagen, er ist echt nicht schlecht. Aber ich meine, die Steps sagen auch, dass Jakob nicht so schlecht ist. Jakob ist auch zum Scheißer. Ich seh den nicht. Ich seh den nicht. Ich auch nicht. Aber er ist da. Ich seh seinen Partikel. Ja? Okay, dann ist gut. Wie viele Blöcke hast du dabei? Zehn. Zehn? Okay, dann hol ich nochmal. Ah, bis... Ah, okay, ich seh den jetzt. Ja, ich auch. Ich auch. Ey, was, geh du jetzt in die Mitte, äh, zurück in die Base und rüstst du dich ganz gut auf? Und wenn's geht, kannst du mir ein bisschen Essen, Rüstung, Spitzhackler und so ein Stück mitgeben. Oh, ich hab zwei Gold, bitch. Okay. Also, am besten irgendwas Eisen. Ich hab'n Schwert, ich hab'n Schwert. Nee, ich hab'n Schwert, ich hab'n Schwert. Dann hab' ich für den anderen jetzt gewollt. Ja, ist auch gut. Ich hol' noch eine Tour. Okay. So, äh... Wir sind gleich in der Mitte, aber alle anderen auch. Oh, wir sind nicht die Ersten. Oh, jetzt macht doch, du... Oh, nee, jetzt baut er richtig so scheiße hoch, Alter. Ja, hier, der Hochbautaktik, ne? Die bringt einfach nichts. Ja, du bringst auch einfach nichts, obwohl dein Marm nicht so wollte, Alter. Oh, die Grün wird direkt rausgelegt. Ja, und der geht direkt weiter, aber... Ich hab' jetzt vier Gold, soll ich lieber nach Hause und sprechen? Ja, äh, ich hab' auch drei Gold, also, keine Ahnung, wie du willst. Ja, der ist auch grad' in der Mitte, also passt das. Ja? Warte, nur noch eine Fuhrer. Dann passt das. Nee, dann passt es überhaupt nicht, Alter. Ah, okay, passt gar nicht, Alter. Soll ich die Rüstung holen? Äh, wär' ganz nett, ja. Dann kommt schon noch eine Runde... Ey, wie lange dauert das... Braucht das Gold denn, um zu spawnen, Alter? Richtig, ja. Ah, okay, jetzt. Wie viel Gold hast du jetzt? Acht. Acht. Ja, wir holen uns einfach bei den Bogen, ja. Ich könnte mir halt den Starken holen, aber ne. Holen uns beide ein. Äh, ich hab' jetzt auch vier Gold. Ah, okay, dann hol' ich mir den Starken. Ja, ich könnte ihm auch ein Leben, aber dazu geh' ich nicht so zu sagen. Ja, gib ihm auch ein, komm. Echt? Echt? Ja. Würde ich schon mal. Weil ich meine, das bringt uns mehr. Was macht ihr da? Ja, ich bin der Mann, ich bin der Kriter China. ungegarnbar, weil ich mich nicht nennen darf, aber... Ja, ich bin der Kriterchatz, das ist der Mann. Oh, was macht er? Ihr seid der Scheiß, Alter! Ja, bist du bisschen homophob? Das ist die Schnauze, oder wie? Sind wir ein bisschen ruhig, gerade? Alter, ja, wie lord, ich bin der Mann. richtig auf die Schnauze geben. Also ich hab mitgekriegt, dass Jakob richtig kacke ist. Und er kann auf jeden Fall nix, Alter. Weißt du, du denkst dir auch einfach nicht, wo ich sein habe, gleich beleidigen. Willst du auf die Schnauze, oder was? Halt mal die durch. Alter, ich komm gleich zu dir. Warte, du kriegst so auf die Schnauze, ich schwör's dir, Alter. Du kriegst so auf die Schnauze. Willst du auf die Schnauze? Also willst du jetzt auf die Schnauze, oder was? Ein bisschen. War deine Mom eigentlich beim Elternabend? Nee, hat keinen Bock mehr. Echt? Ja, ich mein, wenn ich's halt so spät sage. Komm, lass in die Mitte gehen. Ja, aber lass unser Bett noch zubauen, bitch. Nee. Einmal nee. Nee, machen wir einfach nicht. Würde ich am liebsten abschießen. Sowas tun wir aber nicht. Den kann ich nicht. Alter, der. Solche Menschen sind hier nicht. Oh mein Gott. Wir tun sowas nicht. Nein, ich muss pumpen, aber da kommt halt nicht mehr. Willst du auf die Schnauze? Oh Gott, oh Gott, ich hab ihn gebumst, aber ich hab so wenig Leben. Oh mein Gott. Dann geh halt weg. Kannst du mir einen Heeltrank geben, oder so? Jo, jetzt. Als ob ich jetzt in die Mitte komme, deswegen. Ich baue gerade mal unser Bett zu. Ja, okay, okay. Lass das doch mal. Bin gerade in der Mitte, hab vier Gold. Zweieinhalb Herzen. Wir haben hier auch nochmal vier Gold, Alter. In der Base, Alter. Richtig. Ja, nice. Ich glaube, wir sind die Dominas, kann das sein. Nö, eigentlich scheiße. Der Bike-Killer ist auch ganz cool, der läuft halt durch und geht direkt aufs Bett. Ist eigentlich auch eine bessere Taktik. Die sind so scheiße. Äh, ja, Mitte-Camper, ja, oder egal. Ich warte, bis ich 10 Gold habe und dann hole eine 2.1.2. Ja, oder halt auch einfach nicht. Kill Aura. Find ich gut. Kill Aura, da stehe ich immer drauf. Hä, wie hat jemand Kill Aura? Nee, also, er hat, äh, unser Kumpel hat geschrieben, der Big Bang, Kill Aura. Echt? Hat er geschrien? Meinst du, das stimmt? Äh, keine Ahnung. Ich meine, man macht ja schnell irgendwelche Anschuldigungen. Ja, das stimmt. Also, kann man halt nie wissen, ne? Boah, ich bin hier gerade von, in der Base ist voll scheiße, oder? Ey, komm, hier. Ich geh gleich mal in die Mitte. Okay, ich hab, ich hab jetzt, äh, 12 Gold, komm. Okay. Ich hab mich jetzt runtergeschossen, ey, dann wein ich, aber. Oh, fuck, wir hatten ja hier noch ganz viele Blocke. Was? Alter, unser Bett ist ja mal übelst zäh. Ja, noch nicht so ganz, aber ich baue... Nee, nee, gar nicht eigentlich. Eigentlich überhaupt nicht. Nein, noch nicht ganz. Ja, ich weiß, ich hole uns beide einen Eisenspitz, okay? Oh, ja. Und beide noch die Eisenspitzhacke. Du musst es auch von der Seite einbauen. Okay, warte. Oh, Leute, für euch ist gerade ein bisschen langweilig. Ich baue hier gerade nur das Bett zu, aber muss auch mal sein. Ja, ich habe ja hier schon... Jetzt meinte ich hier Eisenspitzhacke. Aber jetzt geht mal in die Mitte. Liegt da, neben dir, komm schon. Ja, 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 ist ja gut. Sonst hier, Alter, sonst hier. Wo ist es denn, wo ist es denn? Vielleicht nehm auf deiner Seite beim Bett. Was? Da war es nicht. Hier ist es. Wo denn? Pstum. Das ist eigentlich ein Film. Hier liegt es. Oh, geil, auch eine Eisenspitzhacke. Das finde ich dann schon sexy. Äh, Anna, was? Kannst du eigentlich irgendwas? Oh, viel Spaß. So, jetzt krieg ich dir aber auf die Schnauze hier. Aber ich komme jetzt zu Racken, wie ein Team, auch wenn wir dann unser ganzes Equipment verlieren. Nee, nicht jetzt so voll Yolo drauf. Okay, in der Mitte sind zwei blaue und einer hat einen Brug. Aber der hat uns nicht gesehen. Ich baue hier mal so eine kleine Base. Achtung, da guckt einer. Schießt der schon? Ja, die schießt. Oh Gott, der schießt, der schießt, der schießt. Äh, da ist ein Blauer gerade am Bauen. Kennst du durch? Ich baue ihn. Oh Gott. Jawohl. Easy, jawohl. Easy, easy, easy. Hier steht Kinde. Hier steht Kinde? Oh Gott, ich bin dauernd fast. Was? Ja, ich bin fast dauernd, der hat mich mit dem Bogen ganz schön auf. Ich ziehe den Pfeil aus, auch nicht. Okay, danke. Sag, ob von der anderen Seite jemand kommt oder so. Ja, ich check hier gerade alles aus, aber wir claimen hier gerade schön in die Mitte. Das ist sexy. Wir müssen gleich mal auf ein Team gehen. Oh, ich habe den mit dem Bogen gekillt. Ja? Okay, geil. Wollen wir auf Geld gehen? Ich treffe ihn irgendwie nicht. Was ist da los? Wow, ich kriege jetzt von Grün auch abgeschossen. Okay, das ist nicht so cool. Lass ihn mal eine Endertruhe aufstellen. Oder nicht? Können wir mal machen, ja. Ja? Hey, der Typ, der denkt sich auch nur so durchlaufen, auch wenn die ihn gehen. Oh, Leute, ich habe einen One-Hit-Hit-Hit. Ja, der ohne Rüstung, den habe ich schon in der Flasche abgeschossen. Was bringt ihr bloß? Hey, ja. Boah, die bauen aber auch einfach schöne Männchen, oder? Mach ihn mal schön. Boah, warte. Vielleicht mal ganz kurz. Ich muss einfach die Sounds höher stellen, die Players. Oder wie macht man dieses Bow-Dingsen, dass man das hört lauter? Ich weiß nicht. Ich mache einfach das Master Volume viel lauter. Oh, da kommt ein Blauer. Ja, ich muss hier gerade mal auf Gelb draufgehen. Direkt bei uns ist er. In der Mitte habe ich Shrek ihn. Ist er auf Gelb? Oder da kommt, da kommt, äh, da kommt ein, äh... Roter ist bei Gelb. Soll ich mit dem auf... Oh, wo ist das Punkt? Ich ragge gerade Gelb. Ich habe 13 Gold. Ich will jetzt halt nicht draufgehen, ich hole mir eine Enderfälle. Oh Gott, zwei Herzen. Ohne Spaß, ich hole mir eine Enderfälle. Oh Gott, scheiße, ich bin dauernd. Ja, äh, sorry. Geh mal schnell auf Gelb drauf, geh mal schnell auf Gelb drauf. Ach, ich habe eine Enderfälle, ich kann mir eine Enderfälle holen, warte. Nein, keine Enderfälle holen, nein, das ist viel Verständnis. Nee, egal, ich will kein... Äh, Rot geht nicht zu uns, oder? Doch. Rot, doch. Äh, 13 Gold habe ich dann in der Geste getan. Oh geil, Alter. Ich kaufe mir jetzt den Hartenbogen. Oh ja. Ja, das ist so hart. Denkst du mal einen Harten, weil du selbst immer noch keinen kriegst. Ja, du kriegst ja richtig auf die Schnauze, das kriegst. Fuck, wir bräuchten noch mal 5 Gold eigentlich, aber egal. Okay, jetzt haben wir hier nochmal 5 Gold, äh, Eisen. Wo ich mir halt das beste Goldshare, äh, Eisen, äh, doch, Goldshare, meine ich. Richtig verplant. Oh, scheiße. Oh, Mann, die 2, 3 bei Gelb, aber dann schießen die mich ab. Ich komme sofort, ich habe den Hartenbogen und dann kriegen die richtig auf die Schnauze. Okay, alle, die haben auch den Hartenbogen. Und hier kommt... Echt jetzt, als ob halt. Als ob die den Hartenbogen haben. Ah, hast du den richtig Harten oder den... Den 13er. Alter, echt? Ja. Ja, der hat halt nur Punch, ne, der andere macht genau so viel Schaden, der 7er. Das ist mir sowas von scheißegal, der kriegt jetzt so auf die Schnauze mit dem Punchbogen. Okay. Bin ich auch gut, schon. Kann ich nur abrufieren. Und hier aaten. Oh, warte. Ich stelle jetzt mal die Players auf 100%. Ob das einen Unterschied macht. Der hat auch den 13er, ja. Der hat den 13er sicher? Der gelbe, ja. Okay. Der ist auch ein richtiger Expert, deswegen. Vielleicht sollten wir auch mal auf grün drauf gehen. Ja, also ich würde jetzt sagen, wir ballern alle drauf. Ja, auf grün. Ja, auf gelb. Gelb, ja. Ja, eigentlich, mach ich. Ich hab ihn abgeschossen. Ich versuch mich hinzuschicken. Ja, nein, baum mal ab, dort. Ja, mach ich. Der kommt, der kommt. Jawohl. Ja, ich gebe ihn richtig. Jetzt. Drauf. Ich hoffe, dass derweil keiner zu uns kommt, aber na. Ja, wir haben ja noch den anderen. Aber wir machen einfach wieder eine gute Runde und dann. Oh Gott. Wir machen halt echt nichts. Komm mal her, schnell. Ich hab nur die Einserwürstung, ich bin direkt bei dir, rennen weg. Ich hab nur noch vier Herzen. Ich hab noch zwei. Zwei, zweieinhalb, ich rennen weg. Kommit. Oh, du musst dich zurückziehen. Ja. Scheiße, die kommen. Oh Gott, Schafe, Alter, oh Gott. Weg, weg, weg. Ich brauch's auch erstmal recken. So, ja, hab dich nur noch. Okay, der, der, äh, blau, leu, blau, was ist mit blau los eigentlich? Dein Arm. Aber die kommen, die kommen. Ja, die kommen? Nee, also der bleibt jetzt da im Tunnel stehen. Ja, ich schieß mal rein. Boah, ich glaub, von mir ich gleich nur in der Ferne. Ich hab jetzt nur sieben Gold, oder? Ja. Und dann brauchte ich mich zu Geld rinden, oder? Und du rennst halt auch drauf, von dann fast auszutragen. Okay. Ich hab halt keine Eiligungen mehr, aber ich versuch's hier abgeschließen. Ja, ich hab's zu Hause, also in der Basebrick noch halt auch. Ja, ich hab's richtig schaden, äh, ich hab's untergehauen. Ja, okay, bei sowas ist der 13er Wogen natürlich geil. Ja, Achtung, da kommt eine andere Farbe, ja, der Grün. Ja, gelb auch. Ich glaub, wir machen dann einfach so viel Mittelcamping-Dings. Ich hab, eigentlich, ich hab 13 Gold wieder. Zurückziehen, ich hab 15. Was? Okay, okay, schnell mal. Nein, wir können nicht aber jetzt die Mitte aufgeben. Doch, müssen wir. Das wär voll dumm. Nein, wir haben so viel Gold, Alter. Ja, aber, oh Gott, wir werden abgeschossen, wir müssen uns rein. Ja, egal, 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 egal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab's geschafft. Ich bin da. Ja, voll. Ich hab's in die, aber, naja. Ey, warte mal, ich hol mir jetzt, was kostet ein Stärketrank, 7, ne? 7, ja. Den hol ich mir jetzt. Soll ich dir noch bisschen, soll ich dir noch eine Enderpelle holen? Und ein Eisenschwert. Soll ich dir noch eine Enderpelle holen? Nein, warum? Doch. Doch, oder? Ja, okay, okay, okay. Dann portest du dich dahin. Okay, warte, was wollte ich noch für ein Gold holen? Kriegt man eine Spitzage dafür, ein Gold? Ja. Oh, easy. Okay, ich bin richtig gut ausgerüstet. Okay, ich geb dir noch die Enderpelle. Ja, schnell, 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 gib sie? Ja, hier. Okay, danke. Welche Farbe wollen wir jetzt? Ach, welche Farbe wollen wir? Äh, ich will gelb machen. Okay. Oh Gott, scheiße, die schießen. Ne, die wollen schießen, aber. Aber die können nicht so gut Bogen schießen. Oh. Oh Gott, er trifft mich jetzt. Fuck. Oh Gott, nicht runterfallen. Ja. Weil, meinst du, ich kann mich von hier aus hinporten? Äh, die Map ist jetzt nicht so groß, aber wir können dann halt schlecht zu unterstützen kommen. Ja, ich muss halt mal grad ein bisschen rückdrücken. Ja, ist ja egal. Oh, warte, 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 der blaue läuft zu gelb. Ja, der blaue läuft drüber. Ja, okay, die sind gleich weg. Die sind gleich down. Oder ich port mich jetzt einfach, aber da komm ich nicht rüber, oder? Nee, komm. Oder warte, 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 ich trink den, ich regle jetzt. Trink den Stärketrank. Bau mal vor, bau mal da was vor. Ja, ich muss mich irgendwie... Ah, geht, geht ab. Warte, jetzt bitte. Geht ihr? Ja, wir sind in der Mitte. Ah, geht, jetzt geht's doch. Ah, geht, jetzt geht's doch. Geht den Stärketrank trinken? Ey, kannst machen und dann rennen wir zu grün. Ich hab halt sau wenig Herzen. Oh. Fünfeinhalb. Ja, dann warte noch kurz, bevor du ihn trinkst. Ja, ich hab, ne, ich hab viereinhalb, viereinhalb, scheiße. Ja, dann warte noch kurz und wenn du voll bist, dann teleportierst du dich irgendwo hin. Zu grün. Ja, super. Oder zu blau. Blau ist auch gefällig. Ist rot komplett raus? Ne, äh, gelb? Ja, gelb ist raus. Ich hab immer noch den Einserbogen, aber ich will jetzt auch nicht zurück in die Base, oder? Ne, komm. Wir gehen jetzt auch... Und ich hab nur die Einserrüstung, das heißt... Auf grün oder auch blau? Äh... Zu blau kommst du nicht noch schnell hin. Na, obwohl bei grün kannst du eher runterfallen, oder? Bei den ganzen Mauern und so. Wir können ja uns kurz safe hinbauen. Ja. Sollte ich mir nämlich noch echt ne bessere Rüstung holen? Okay, der blaue will in die Mitte. Pass auf, nicht dass er dich abschießt, ne? Rosenjoghurt, alter. Oh fuck. Hier kann man runterfahren. Komm lieber schnell. Ja. Die haben, glaub ich... Einer hat jedenfalls einen guten. Mein Bogen ist einfach gleich kaputt, okay. Was? Dann schieß nicht mehr so dauerhaft. Nein, also noch Hälfte, aber trotzdem. Ja, soll ich mir jetzt zu grün rüberporten? Weiß nicht. Dann kommt halt blau direkt in die Mitte und könnte sogar zu uns kommen. Ja, nein, ich kann mich rüberporten und kann die Mache. Ich hab ein Stärke dran. Glaubst du kannst es alleine? Ich glaub schon. Dann versuch's. Versuch einfach nicht, die diese Statue zu treffen. Oder wenn doch, die dann ist dann ja auf dem Weg. Also versuch, dann mach mit dich. Warte, der lenkt die ab. Der Typ lenkt die ab. Wer? Der Rote? Ja. Von uns? Ja. Ach, der geht da hin? Ja, nice. Dann mach ich mir nicht mal ein Dummer. Die sind zu sehr uns spammender Bogen. Ja, machen wir halt auch dasselbe in der Mitte. Ja, das Problem ist, wir kommen da nicht rein gescheit. Das ist scheiße. Das ist halt scheiße, was wir jetzt machen. Oder was ich mache. Okay, ich... Alter, die machen richtig hartschaden. Junge, ich geh nach Hause und wirst mich nochmal besser aus. 20 Gold. Dies, das. Das reicht schon für bisschen was. Für mir dann auch den 13er Bogen. Fuck, bringen wir mal... Ah, okay, ich komm mit. Ich komm mit. Ah, fuck, ich hab keine Blöcke. Nein. Oh nein. Egal, warte, ich komm. Ich komm. Kannst die abbauen. Darf nur nicht unterfallen. Ja, ich prob mir jetzt noch Healdtränke und dann geh ich drauf. Genau, ja. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab richtig wenig Life. Drei Herzen. Scheiße, die sind in der Mitte. Und? Oh fuck, ich wollt den... Oh Gott. Oh Gott. Sag nicht, dass du stirbst. Soll ich dir einen Healdtrank mitbringen? Ja, auf jeden Fall. Soll ich jetzt in die Mitte kommen? Ja. Also du musst zu mir... Ich bin hier in der Dingens. Was? Und dann? Ich hab nicht mehr so viele Blöcke oder es haben. Okay, fuck, Alter. Warte, du bist bei der Base da. Okay, ich komm mit. Komm mit. Ich bin so gut wie da, Mann. Ich komm mit uns heftig. Scheiße, sie kommen, sie kommen, sie kommen. Fuck, schnell. Schnell, schnell, komm einfach, komm einfach, komm. Was? Nein! Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ach, Scheiße, Mann. Scheiße. Egal. Ich hab Stärke dran getrunken. Ja. Wir haben 18 Eisen. Ach fuck, wie ich da sterben konnte, das war richtig dumm. Ich hab jetzt den Stärke dran getrunken, weil ich hab jetzt richtig Schiss. Ja, okay, warte, ich komm jetzt einfach mit normalen Blöcke. Okay, der greift den Blauen an. Und er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Er hat ihn einfach. Easy, easy, geil. Okay, ich geh einfach jetzt zu Blau. Fuck, ich hab keine Blöcke mehr, um mich rüber zu sehen und zu bauen. Ich bring dir welche mit, ich bring dir welche mit. Okay. Schnell, ah ne, er baut sich rüber. Okay, nice. Jawoll. Nein! Lass mich doch auch rüber. Jawoll, perfekt, danke. Hab jetzt keine Spitzhacke dabei, aber egal. Ja? Ich port mich jetzt. Portest du dich zu Blau? Ja, mach ich. Ja, dann zeig ich euch die Mitte vor Blün, der ist auch zu Blau, oder? Tschüss. Jawoll, schön blö, ihr Wichser. Jetzt hab ich so richtig Gomme nachgemacht. Ich bin leider gestorben, aber wir haben, äh, wir haben trotzdem ins Blau ausgelöst. Und ich bin schon wieder in der Mitte und hab wieder 8 Gold. Ich hoffe wieder in den starken Bogen, Alter. Oh, oh, hier ist ein Blauer. Na, was machst du denn hier, Blauer? Ja, der ist, mach ihn down und der ist raus. Ja, warte. Oh, ich brauch nochmal 3 Gold, Alter. Und dann... Es ist in der Mitte. Äh, in der Kiste. Äh, 2 Gold bräuchte ich. 2. Wir haben's in der Base, in der Kiste. Ja, ich hab mir schon genommen. So. Ja, äh, der geht jetzt zu grün rüber. Ich glaub, ich komm da einfach mit. Jo, warte auf mich. Ja, ja, das schaff mir nicht. Sag mal Dragon. Nein, ich will aber mitmachen. Ach, was die? Aber der rennt halt schon vor. Ja, aber... Dann sagt mir, der soll kurz warten. Schaff mir nicht, der stimmt uns. Oh nein, der, der schafft das. Oh, nö. Aikila, du bist ein gerundes Schnäckchen. Oh man, warum ist der so fake? Scheiße. Ja, ich bin tot. Er auch? Äh, ja. Okay. Okay, dann ist ja gut. Dann ist echt gut. Hast du noch ein Gold bei dir? Nee, ich bin noch grad gestorben. Ah. Ah. Brauchst du Gold für Bogen? Äh, also ich hab keinen jedenfalls. Hier, dann hab ich dir jetzt hier voll viel Gold. Oh, danke dir. Dann hab ich jetzt mein Eisen-Shirt aufgeopfert, Alter. Haben die Burgen? Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Die rennen grad in die Mitte. Wenn ich mich beeile, bin ich vor denen da. Okay, ich muss mich... Okay, der holt Gold. Ja, ich kann den machen. Okay, ich komm mal nicht mit. Hab ihn. Alter, war irgendwie vorher... Es war richtig geil. Einfach... Ich hab den Gold in die Kiste getan. Okay, 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 okay. Wir haben hier die Mitte wieder. Alter, zehn, zwölf Gold. Oh, der geht schon direkt zu grün. Äh, zwölf Gold. Der will direkt zu grün weiterkommen. Ja, dann macht es, dann macht es. Ich hol mir kurz... Ah, warte, ein Gold und ich hab ne Ender-Perle. Soll ich mich... Soll ich mich... Was sollen die machen? Ja, sehr, sehr viel Schaden verteilen. Essen. Okay, komm, dann hol ich mir jetzt die Ender-Perle. Oder was sagt ihr? Oder was sagst du? Ja, ja, mach schnell. Ja, okay. Ja, ich sag ihm, ich bring Essen mit und hol ne Ender-Perle. Sag ihm. Sag ihm. Warte. 18 Gold einfach mal. Komm bitte, komm bitte, komm bitte, Weikeler. Weikeler, komm bitte. Schreib ihm, ich bring Essen und ne Ender-Perle mit. Ja, ähm, ja, ich hab ihm geschrieben, er soll wieder in die Mitte zurück. Sag, schreib ihm doch einfach das. Ja, wir sind gerade im Kampf halt noch bei denen. Ach so, ja, dann... So, ich hab einfach Blöckling gebaut. Ich komm jetzt, komm jetzt auch wieder. Mitte. So, erstmal ein Eisenschwer. Zurück. 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 Alter, er will er nicht mehr. Warum nicht? Ja, äh, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Okay, Essen nochmal. Essen bring ich genug mit. Dann, was soll ich noch? Die Ender-Perle, ne? Und Essen. Und, und Regi-Kränke, wenn du... Hast du noch Eisen genug? Ich kann schauen. Aber, ja doch. Okay. Ich hab noch 5 Gold, was hol ich mir dafür? Ah fuck, noch 2 Gold und ich könnt mir nochmal stärker tanken holen. Die Sache ist, es gibt noch einen, der ausgerüstet ist, die anderen drin. Ja, ich, ich komm auch sofort. Also, es ist halt ein leichtes Spiel, wenn du von hinten kommst und wir sie durchwenden. Ich hab 4 Regi-Trank, denke. Passt das? Ja, ja, das passt total. Aber, ich brauch keinen nur, ja halt. Okay, okay. Ein Gold, jawoll. Stärke-Trank auch noch. Okay. Sag, äh, ja gut. Also, ich komm, ne? Beste Team in Aufnahme. Lel. Ja. Auch. Beste. Na doch. Beste, Alter. Er nimmt auch auf? Ja. Easy. Einfach, einfach. Sag ihm, ich hab Ender-Perle und komme. Ja, ja. Hab ich schon geschrieben. Okay, easy. 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 Ich glaub, einfach jeder Zweite nimmt auf. Hehehe. Kommt her, ich hab Essen und Drehgetränke. Okay. Hier, zack, zack. Ja, ich hab ihn jetzt. Aber dann. Okay. So, äh, seid ihr bereit? Ja. Okay, wir, wir rennen durch und du wirfst dann die Ender- Aber, pass auf, dass du nicht gegen uns wirfst, ne? In der Ferne. Ich schieß auf ihn. Warte, 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 warte. Und er ist fast down. Ja, warte, 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 warte. Werf gegen die, diese Statue da und komm dann von hinten. Alter. Soll ich hier von vorne kommen, oder? Oh. Bist du runtergefallen? Nein. Hey, du. Ich hab nicht gesehen, dass dein Loch war. Oh Gott, nein. Na, egal, ich komm direkt. Ha, down. Ja, okay. Soll ich mich jetzt einfach hinterporten? Egal was. Wohin? Na ja, machen. Okay. Okay. So bin ich jetzt ausgerüstet. Und komm jetzt auch noch. Okay. Dauerne. Du musst reinkommen. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ist der auch mit dir drin? Ich hab kein, nein, ich hab keine Dinge. Was, warte. Ich hab ihn go. Okay, ich hab sie. Ich kann sie aufhalten. Okay, dann. Jawohl, easy kill. Okay, dann. Okay, dann. Die sind einfach Two-Hit. Die sind einfach Two-Hit. Ja, ja, komm. Ab, bau, 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 bau. Warte, ich hab keine Spitzhacke dabei. Aber er hat eine, er baut sich durch. Okay, sehr gut. Aber noch ein paar Kills farmen, bitte. Ja, dann farm du die Kills, ich hole mir eine Eisenspitzhacke. So lange. Also ein Kill halt noch. Aber gut, dass der eine nicht beliebt ist, weißt? Das find ich echt super. Find ich so cool von denen. Okay, easy. Jawoll! GG! Warte, der hat... Ja, gut, naja. Okay. Boah, geil. Hat Bock gemacht. Ja. Ähm. War, war, war echt geil. Hat richtig Bock gemacht. Ja, komm mal neben mich. War, war auch echt... Aha, wieder nicht ganz so niveaulos, aber vielleicht mögen das ja Leute. Ja, also es war, es war diesmal spielerisch relativ gut, würde ich mal sagen. Auch wenn Jakob runtergesprungen ist, dieser Lass. Äh, magst du mal zu mir spring kurz? Ja. Dann machen wir noch eine Abmoderation. Ja. Äh, was? Oh ja, Friend as Seth mach ich auf jeden Fall bei... Bykiller. Äh, Digger? Ja. Ah, nee, ich kann auch einfach... Ah, warte, ich bin bereits auf dem Server, ich bin da irgendwo... Cool, ich hab jetzt, äh, Bykiller, ähm, als Friend. Okay, geil. Ich send ihm auch gleich ne Frage. Ja, dich will er immer nicht. Mh, Schnauze. Oh, wem hat er ne Anfrage geschickt, du Opfer? Dir? Ist ja schmerzt. Ja, komm, wo bist du denn? Ich bin bei dir. Ich seh ich nicht. Ja, dann hast du wieder die Standardeinstellung, bis du Spieler nicht sehen kannst. Ach, stimmt. Scheiße. Okay, jo, dann komm mal neben mich. Mhm. So, guck mal hier nach oben schön, hier. Okay. Jo, Leute, wenn euch die Runde gefallen hat, dann würden wir uns über eine positive Bewertung sehr freuen. Jo, bis zum nächsten Mal. Wenn wir wieder Bad Wars oder irgendeine andere Scheiße spielen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020